Na sieht man was wir hier haben. Der Blätterwald. Ja, zuletzt gesehen in Mario Kart 8 Deluxe, in Well 3, am Ende des Felskaps. Und hier nun nochmal das Original. Ok, der Start war Fail. Steh nicht so im Weg rum, Wiggler. Du weißt ganz genau, dass du da nicht aufhalten sollst. Das ist eigentlich einer meiner dieben Strecken mit Mario Kart 8. Vor allem in Mario Kart 8 und ich glaube auch in Mario Kart Tour ist hier am Holz noch so richtig Gras dazu. Ich weiß nicht warum man am Holz Gras dran gemacht hat, aber es ist so. Ja und schon nochmal die letzte Runde. Es ist wirklich eine tolle Strecke. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass in Mario Kart 8 das Gebirge ist. Ich hatte im Hintergrund viel größer war als wie es hier im Original ist. Gut. Die letzte Strecke des Sternkaps gleich. Im nächsten Part. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.